ach so du bist ja das war ja auch meine idee dahinter sozusagen weil ich ja darin auch gut finde sie ist ja ein kostet nichts ja hast du leider halt bei solchen spielen relativ häufig deswegen eigentlich alles was frieden play ist lädt praktisch solche leute ein krabbel leise machen also hertha ring war für mich dann ein bisschen zu eintönig es ist geil macht spaß aber ich habe da auch nicht so richtig durchgeblickt das war mir auch dann zu viel des guten mit er kam angerammelt junger wie elefanten porzellan laden punkt ist weg mein bester wo ist der punkt jetzt was war das denn der hat die karte irgendwie mit dem wirbelwind uns auf den hals gehetzt wo ist der punkt da schießt auch einer ach so das ist ein neid von uns man nachladen den habe ich in den schädel geschossen wo höre ich die schritte schade meine heilung war nicht aktiv ja aber wie gesagt ist ja bei ww auch so dass du sehr komplex und wenn du das nicht gewonnen bist dann kommst du halt rein musst du halt ein paar videos mal angucken oder so aber mein problem war auch halt dass es relativ wenig spielen du hast ja da auch instanzen und dann bist du kannst sie meistens nicht machen weil du alleine bist und so ich habe damals noch einen arbeitskollegen mit dem habe ich dann immer mal gespielt aber selbst da das instanzen und so oder sowas ich weiß gar nicht raids wird es da auch geben ich weiß nicht wie es muss man gucken wenn wie es die gespielerbeteiligung ist bei mir damals das ist schon eine weile her ich weiß nicht ob es jetzt besser geworden ist war halt relativ wenig los sozusagen auch auf den maps dann wenn du questest siehst du ja dann auch und dann Ordnung dann Was war denn das, Alter? Was schießt denn da, Alter? Was ist denn das für eine Waffe? Sag mal. Das sieht aber gut aus für uns jetzt. Ja, der Kopf ist mal ein, wie er sich pückt. Oh, ey, wie das denn? Ach, ich bin in den Mini eingerannt. Das erklärt's. Die Frage war schnell beantwortet. DC? Mist. ach so ach so ja jetzt war ich blutleer für sowas ich habe mein ganzes mein ganzes hirn ist jetzt ja wieder nur auf sowas auf das spiel fixiert und ey mann ich warte doch an ihnen da war er weg und jetzt liegt er am track weißt im aller lässt das multitasking nach schon wieder einer mit der schrotflinde ich raste aus ist klar ich schieße auf seine hässliche körper rüber und er zuckt nicht mal mit den achseln wir fallen zurück verdammte scheiße wo ist der punkt ok spielt auch denkt ja dann viel erfolg schade nein was ich war noch etwas keine ahnung irgendwie was komisch ich dachte ich bin tot aber er hielt dann noch die waffe hoch keine ahnung ich habe es nicht kapiert keine ahnung ich habe es nicht kapiert ich bin 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 Wir verlieren. Mist, wo ist jetzt? Es ist wieder irgendwas dunkel hier. Also manchmal ist es ein bisschen so wischiwaschi. Wenn du es leidest, ist es... Oh, hat mich einer wiederbelebt. Danke. Oh, ich dachte jetzt, was ist denn jetzt los? Aber es ist vorbei. Ja, wir haben gewonnen. Sieg. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Und der alte Mazat hat eine 1,8. Oh ja, so gefällt mir das. Wir haben schon alle Reddots und Scopes auf ihren Waffen. Will ich auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.